Hallo zusammen, wir machen einen Wohnungsdurchgang. Also, so sieht der Gang jetzt aus. Dann das Zimmer. Ist so, es regnet mega fest. Dann das Gästezimmer nebenan. Da ist mega schön renoviert. Kleider. Dann die Stube. Sieht so aus. Schau, ich sag schnell, hi. Hallo. Der Balkon ist immer noch gleich, wie vorne. Dann das WC. Die WC, die voll renoviert ist. Nicht so spannend. So. Dann das super Badzimmer. Voll renoviert, mega schön. Und die Küche. Die ist mega schön geworden. Alles voll neu und mega schön, weil es nicht mehr grausig orange ist. Voila.